Da müsste irgendwo ein Loch drin sein. Bleib mal stehen hier! Ich überlasse ihn. Ja bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Bitte, bleib stehen! Achso. Du musst irgendwie vorausschauen drin. Okay, so. Ja, ich hab ihn! Ja, ja, warte, ich hab ihn. Komm hier und scheint ungezähmt. Ja, nochmal. Ja, ja, warte. Mit dem Vorausschauen drin. Okay, warte, jetzt. Nein, 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 nein. Er muss nach links laufen, er muss nach links laufen. So, jetzt. Ja, 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 ja. Ist nun ungezähmt, ist nun gezähmt. Ja, warum bleibst du jetzt? Ja, dann mach doch mal Fuß. Treib doch mal. Ja, ich hab aber... Dann weiß ich nicht, dann hat er noch nicht genug. Dann musst du ihn fressen nehmen. Halt ihn fest! Halt ihn fest! Halt ihn fest! Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Gras, Alter, der rät mit uns weg! Ah! Nein, nein, nein! Wasser anbieten muss man machen! Bleib stehen, du! Ja, ja, stopp, stopp, stopp! Okay, cool. Was kann man jetzt machen? Hat er gerade mega lex? Okay, jetzt ist er da. Okay, hat jemand Wasser? Ja, ich hab Wasser. Nein, 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 nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen! Hund füttern, Hund füttern! Aber... Äh... Ich krieg diesen blöden Hund nicht. Ich hab ihm noch... Ich hab ihm jetzt zweimal Fleisch gegeben. Ein Getränk müsste jetzt noch fehlen, aber ich hab kein Wasser bei. Äh... Doch, ich... Du hast doch Wasser in der Tasche, im Repertoire. Oder hast du das schon getrunken? Hab ich das? Ah, ne, hab ich noch. Nein, 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 nein! Bleib hier, bleib hier! Ach, Mann! Ja, ja, gut, 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 gut! Mach den... Mach den... Mach den... Mach den... Mach den zusammen mit mir! Ich hab nichts, Munition! Deine Munition! Okay... Warte... Warte, warte! Wasser anbieten! Wasser anbieten! Bleib stehen! Er hat sich grad hingesetzt! Nein! Guck mal an! Jetzt fütter ihn mal! Und dreht denn er sich mit seinem Arsch einfach um? Wir haben's endlich geschafft! So... Bist ein schöner Hund! Du bist echt... Was hast du denn gemacht? Guck dir mal an! Der ist ja total platt gedrückt! Aber... Der hat Platz gemacht, ne? Okay, was macht er jetzt noch? Biet ihm nochmal noch was an! Ich schick mal ne Töle zu euch! Ja, einen haben wir jetzt schon! Nee, da kommt gleich noch einer hier ran! Genau vor mir! Ich jag ihn genau in eure Richtung! Du bist krank, Skorbin! Du musst immer Antibiotika nehmen! Also, das mit dem Platz, das ist für den Hund glaub ich nicht so schick! Guck dir das mal an! Sieht ja aus, als hätte sich da jemand drauf gesetzt hinten! Ah, komm bleib stehen, du Mistvieh! Das ist halt gesagt Ruhe! Und alarmieren! Okay, mach mal Sitz! No! Set dein Doggy! Jetzt müssen sie nur noch wissen, nach dem Restart ist sie weg, ne? Ja! Ah! Okay!